Erlangen hat ein schweres Spiel für uns. Erlangen hat letztens ein paar Spiele zu Hause gewonnen und wir wissen, wie gut die zu Hause spielen. Deswegen müssen wir aufpassen. Genauso wie das letzte Spiel, also gute Abwehr, gute Torwartleistung, schnell nach vorne laufen. Und dann sind wir auch im Angriff ein bisschen lockerer, können wir mehr genießen. Dann kommen auch diese Pässe oder gute Assisten und alles. Deswegen müssen wir nur von der ersten Minute an gut anfangen. Aber wir sind auch momentan in richtig guter Form. Also wir haben auch gezeigt, was wir können. Deswegen brauchen wir diese Punkte unbedingt und wir haben nur ein Ziel, dass wir das Spiel gewinnen. Over love women Off 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 Vielen Dank.